ich wollte schon sagen warum schießt die denn schon wieder nachher bei mir hat er noch ladevorgang bei mir nicht mehr erstmal heilen mich ja macht er sie hat mich schon mal ein pack abgeschnapst was haben wir denn hier alles aber was macht das das macht so was ich eben weggeschmissen hat macht die durchschlagskraft ich nehme die desert eagles okay könnt ihr auch nehmen oder nehmen du die mit zu die desert eagle nehmen oder was ich nehme die kleinen beide ach so hat einer von den weggeschmissen ja gut dann darum hast du zwei egal mich halt auch so ja zwei verschiedene mehr macht natürlich auch schon gleich guten tag natürlich doch kommt mal darum die ecke was er weiß ich nicht gerade geht es auf jeden fall nur weiter alter montag warte mal nix und eigentlich werfen bonnick ohne witz diese kainer ja aber dadurch kriegen die auch die ganzen schüsse das ist ja das meinst du warum die das machen das waren smoker hast du noch einmal da waren hand da eben woher kamt er denn weil sie nicht beide macht ja war keine ahnung wo wir nach müssen wird sachen feiern lassen also nicht kann man nichts offen machen naja egal weiter geht es sagen wir denn hier meins der bruch oder oder bis zum ende noch mal durch latschen wir latschen noch mal durch nur bei einzelnen monstern nun nur die pistole nach der munition ja genau direkt in der luft erwischt so da brennen geil hier lang oder in die häuser rein die häuser wo kommen die damit einmal her also nicht ja warum denn nicht wo kam die denn da hinten kommt noch mehr so leck mich falsch da ist da eins ist ja ok dann geht da rein ach guck mal mollo nachgeladen 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 hier geht es in meinen garten rein alter der schießt ganz mit der desert eagle auf dem dinde nix passiert so hier geht es ums haus rum hier geht es ums haus rein also habe ich kein medipack ich habe doch eins aufgesammelt du hast doch eins ach so ja ich habe unten drauf geguckt weißt du unten auf der leiste da sieht man das nicht wenn man das selber ist immer noch mal nicht gerade auch gegeben guten tag tanz und noch mal lachen da ist mal die hier ja hast recht einfach mal die nehmen hast du ja ach so komm jetzt kommen wir drüber ok alter bitte ach das war gut was soll dir der scheiß denn ich weiß ich dachte ich habe hinter uns hinter uns hinter uns einarmiger weg diese beide runter gefallen ja wir hinten noch irgendwo was wir werden schon irgendwie hochkommen ja die können auch da unten durch oder nicht aber wir müssen sowieso da unten lang ne 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 die können auch da durch warte eben warte eben lass ihn durchlaufen ja die stehen hinter mir und schießen ne ja ich dachte die gedrochen länger da wow wow das hat dass sie ne ne meiner nein ja ich gehe mal hier oben gucken ob hier noch etwas wir haben mehrere wege aber hier ist wieder so ein einarmiger oder und den tank 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 boah rochelle ey du nervige alter ich habe mir was mit gebracht oder jockey der nervt ja toll ich hab ja auch noch kaum leben ja war aber keine absicht ja 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 erstmal nachladen durch du heizt mich oder jetzt mich du stehst ja doch auch geil warte mal ganz kurz ich glaub mein headset geht gerade leer weil irgendwas kiept da ab und zu mal vor keine ahnung und shell braucht auch keine heilung ne ja die alte dass die mensch sterben ich glaub wir müssen aber da unten lang oder ich weiß es nicht komm wir gehen mal erst unten gucken jetzt erstmal boomer kotze und also wir müssen waffen wieder sind aber noch sachen axt schmerzmittel ich gehe mal nach oben gucken hier oben sind was sind da oben ja jetzt wieder doppelwaffen du schutz mich da ist noch voraus ist klar wir können ganz noch hoch gehen wir gehen einfach nur ganz höher oder genau drin hoch gehen die nämlich schon welche maschinengewehr ich finde ja doch nur einmal dann da ja hat aber nur einmal einmal ladung ich behalte ich mal falls jetzt irgendwelchen tank kommt oder so auch von drüben ganz ruhig da können wir aber auch rüber gehen danke für das medipack ja weil wir müssen hier noch gucken was wir denn noch ist du schutz mich natürlich wieder weg warte mal ich einmal ruhig stellen ja halt immer wo die sterben alter warum wo auch von hinten von vorne noch mal lass mich ich habe gesagt ja ich lasse ich nicht das war wieder gut die alten die waren die gleich jetzt einfach schnell rüber ja ja tschau alter wo schubst er mich hin schmeckt das schon hat er mich hingeschoben blödes ding ich habe das schon gemerkt eben ich weiß ich kann das nicht mal steuern dass du da irgendwo gegen längst oder so nein ich glaube wir mussten so raus dennoch ja ich weiß aber erstmal noch mal ins haus rein vielleicht vielleicht ist dann irgendwas drinne ich weiß das nicht ich guck mal gerade hier vorne liegt was am fenster nachgeladen also gut ich hatte mich kaum noch munition nehmen da siehst du gott sonst noch reingegangen sind das ist da wo du rausgeflogen bist ja ich gehe noch machen kann ich hier noch weiter noch höher gehen ja du bist ja fast tot naja deswegen ja ich will jetzt mal gucken ob hier noch irgendwas ist defi defi auf jeden fall mitnehmen ja ich glaube die kommen paar zombies sie gehen ja noch auch auch vater ich will hier nicht ach dumm ist wie echt ich glaube wir hätten wieder nicht so weit zurück gehen sollen da kommen die ganzen zombies wieder ja ist normal wie bist du denn rüber gekommen da wieder durch schrecklich manchmal ja so jetzt haben wir schon wieder ein gutes gefühl weißt du was ich weiß hast du was gesehen ja das war es wow wow fett zack haha meiner ich kann hier einen verteilen achso da was denn hast du den erfolg bekommen ja einer für alle ja den habe ich schon letztes mal bekommen brand munition ha 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 geil fetzt ja mal das war der splitter so zu rennen habe den erfolg bekommen naja sehe ich ja soda brennen oder soda brennen oder soda brennen naja sod brennen oh und 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 ja ja ist das midi midi oh ne axt ey hatte ich vorher auch schon gefunden und hat schmerzen aber ich habe den hunter gekillt weil er hier um die Ecke stand wow ey was war das hast du denn dieser typ der auch vorher da reingelaufen ist hat der so ein so wie die pack umgehabt ja der ist hier auf jeden Fall weitergelaufen so einen habe ich schon mal gekillt das ist geil wenn manche einfach nur so rumstehen cha cha ok hab schon oh alter schwede ey fuck ich muss einfach mal nachladen oh ich muss einfach mal nachladen und dann kommt sowas meine güte kannst du nicht mal nachladen ja da kommt wirklich sowas ha ha ah